Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Schaut mal, wie prachtvoll das ganze Blütenrose hier ist. Wie positiv. Seht ihr das? Liebe im Detail. Ist die Natur viel älter als wir Menschen? Und wir können von Natur und Tiere sehr viel lernen. Natur und Tiere sind sehr viel älter als wir Menschen. Schaut man nur diese Blüten an, wie prachtvoll diese... Wow, wow. Positiv aus Natur aus. So mussten auch die Menschen sein. Denkweise in jedem Aspekt. So ihr Lieben, bleibt gesund. Euer Amin Zadeh. Bis dann.